Wie ist die Welt und wie ist die Wahrheit? Können wir überhaupt sagen, wie die Welt wirklich ist? Was sich wirklich hinter der Welt verbirgt und wie sie wirklich funktioniert und entstanden ist? Die Frage ist letztlich müßig, denn wenn diese Welt tatsächlich eine Illusion ist, dann muss zwangsläufig jeder Versuch innerhalb dieser Welt, die Welt zu erklären, ebenso Illusion sein. Jede Erklärung, wirklich jede, über die Welt und ihre Funktionsweise und ihre Entstehung ist Illusion, ist falsch, ist nicht die Wahrheit. Und insofern ist es auch müßig, Theorien über diese Welt gegeneinander auszuspielen, zu vergleichen und zu sagen, das ist näher an der Wahrheit als dieses Andere oder dieses ist sogar die Wahrheit. Das ergibt keinen Sinn. Diese Welt ist Traum, Illusion. Nicht als Abwertung, das ist keinerlei Wertung darin. Es heißt einfach nur, sie existiert nicht aus sich selbst heraus, für sich selbst. Die Welt ist im Geist, aus dem Geist entstanden, entsteht im Geist und Ideen verlassen ihre Quelle nicht, also ist sie im Geist. Nirgendwo anders könnte sie sein, als hier und jetzt im Geist. Nun lesen wir, zum Beispiel bei Ken Wopnik, dass wir diese Welt träumen. Wopnik verwendet gern das Wort wir. Er sagt nicht ich, er sagt auch selten du, manchmal macht er das, aber oft sagt er, wir träumen diese Welt, wir fallen dem Ego anheim, wir können neu wählen und so weiter und so fort. Das hat natürlich eher einen didaktischen Hintergrund. Weil wenn er sagen würde, ich träume die Welt, dann würden wir vielleicht glauben, er ist irgendwie weiter als wir anderen. dann würden wir vielleicht denken, er ist unser Guru und wir müssen das erreichen, was er vermeintlich erreicht hat. Genauso ist es, wenn er sagen würde, du träumst die Welt. Du musst dich gegen das Ego entscheiden. Du musst dich erinnern. Auch da würde zwangsläufig in uns wieder eine Trennung entstehen zwischen ihm und mir oder uns. Und deshalb sagt er, wir, wir träumen diese Welt. Er nimmt sich als Person völlig raus. Das machen auch andere Lehrer. Manche so, manche so. Wie ist es aber nun wirklich? Träumen wir die Welt oder träume ich die Welt? Was ist nun wahr? Gibt es viele individuelle Träume? Oder viele scheinbar individuelle Träume? Träumt der eine Träumergeist tatsächlich nur scheinbar durch die Sinnesorgane dieser einen Person namens Tom? Das kann doch nicht sein. Dann wäre doch diese eine Person, hätte eine herausgehobene Stellung gegenüber anderen. Nein, das geht nicht. Also muss doch der eine Träumergeist, der wir irgendwie auf paradox geheimnisvolle Weise alle sind, muss doch durch jedes Wesen, durch jeden Menschen, ja durch jedes Wesen, eine Welt träumen. Ist es dieselbe Welt? Sind es unzählig viele Welten, die ineinander greifen? Berühren sich diese Traumwelten? Bestehen sie nebeneinander? Bestehen sie nebeneinander? Sind sie verzahnt? Folgen sie aufeinander? Hat mein Vater damals eine ganz andere Welt geträumt als ich? Hat Jesus eine andere Welt geträumt als ich? Oder wurde durch Jesus eine Welt geträumt? Wurde durch meinen Vater eine Welt geträumt? Oder ist das alles nur Vorstellung und Idee in meinem Geist, in meinem Traum, hier und jetzt? Man kann es drehen und wenden, wie man will, es bleibt paradox und nicht erklärbar, nicht verstehbar, nicht erklärbar, nicht darstellbar. Aber auf der psychologischen Ebene ist es so, dass wenn ich sage, wir träumen diese Welt, dann objektiviere ich diese Welt klammheimlich. Dann sage ich vielleicht, ja, ich träume diese Welt und ich vergebe aber auch schon, ich nehme Projektionen zurück. Aber die anderen, die sind ja, da sind ja einige, die träumen ja noch ganz wild, die sind ja noch weit davon entfernt, Projektionen zurückzunehmen, zu vergeben. Und dann projiziere ich die Vorstellung, dass Andere Welten oder auch diese Welt Auch von anderen oder durch andere geträumt wird, Kann nur meine Projektion hier und jetzt sein. Und daher ist es Meiner Ansicht nach am besten Bei sich selbst zu bleiben, ganz bei sich selbst. Nach dem Motto, es gibt nur mich, es gibt keine anderen und jeder kann das sagen. Aber jeder Ist schon wieder falsch, in Anführungszeichen, ist paradox, Ein Zugeständnis An die vermeintlich anderen. Nein, ich muss ganz bei mir und in aller Stille bei mir bleiben. Es gibt nur diese Welt, die ich hier träume. Wenn ich glaube, Dass sie weiter geträumt wird von anderen Vor meinem Traum und nach meinem Traum und neben meinem Traum, Dann mache ich im Grunde wieder eine Objektive Welt daraus. Ich muss ganz bei mir bleiben. Nicht, weil es die Wahrheit ist, Sondern Weil es heilsam ist. Weil es mich heilt von meinen Projektionen auf andere, Auf vermeintlich andere Träumer. Die gibt es nicht. Die blende ich einfach aus und bleibe bei mir. Mein Traum. Nicht meiner als Person natürlich. Nicht Toms Traum. Tom ist Teil dieses Traumes. Sondern der Geist, der dahinter steht. Dahinter, ja. Jenseits davon. Der gespaltene Geist. Das, was innerhalb dieser Welt der Wahrheit noch am nächsten kommt. Der Geist. Und darin liegt das Ego-Denksystem der Trennung, wie wir wissen. Und darin liegt auch die Erinnerung an Gott, An den reinen Geist, Der ich in Wahrheit immer bin, die ganze Zeit gewesen bin. Dieser Widerschein An den Himmel des Himmels. Und deshalb ist es Nicht die Wahrheit, sondern Heilsam, Nur bei mir selbst zu bleiben. Ohne ein Wort darüber zu verlieren. Und zu sehen all dies Ist in mir. Gerade heute hat mir Jemand Erzählt, Was die künstliche Intelligenz Für unglaubliche Fortschritte macht. Wie das Geradezu explodiert. Wird wieder eine Ja, eine Lawine Losgetreten wurde. Ende letzten Jahres. Und Ein Ende ist nicht abzusehen Und die ganze Entwicklung ist nicht abzusehen. Aber es wird so rasant, Wie wir es noch nie erlebt haben. Innerhalb von ein, zwei Jahren Werden sich mehr Dinge verändern, Als vorher in Hundert Jahren. Und ich muss zugeben, Das hat mir im ersten Moment Angst gemacht. Wozu soll es dann Zum Beispiel noch Kunst geben? Wozu soll es noch Schriftsteller geben? Komponisten? Sänger? Sänger? Wenn das alles Durch künstliche Intelligenz Intelligenz Problemlos ersetzt werden kann. Wozu soll es Journalisten geben? Wenn das Computer erledigen können? Das machte mir Angst. Und ich sah darin Keine gute Entwicklung. Bis ich mich wieder Auf mich selbst besonnen habe Und mir klar machte, Dass auch Die noch so Tollste Unglaublichste Künstliche Intelligenz Nichts weiter ist Als Teil meines Traumes Aus mir selbst Von mir selbst In mir selbst Und sie kann mich Als Geist In keinster Weise Berühren Bedrohen Verletzen Dieser Weltentraum Wird sowieso Enden Nicht durch den Tod Sondern durch das Erwachen Wie sagte ich vor kurzem Der Ich-Erzähler Eine Geschichte Stirbt nie Er beendet Einfach Die Geschichte Er beendet Die Geschichte Vielen Dank.